Bewohner des Hauses und da kann jetzt jeder dann auch, kann man oben auf das Herz, auf die Kameras, die können im Außenbereich platziert sein, im Hof, im Garten, wo auch immer. Die Konfiguration erfolgt in Basalte Studio. Das ist eine Software für Basalte Home. Hallo und herzlich willkommen bei Smartest Home. Wir stellen euch heute die Basalte Lisa vor. Ihr habt es euch ja auch so gewünscht, also aus der Community kam das ja raus eindeutig. Stellt die mal vor, ist ganz neu, ist eigentlich noch gar nicht so richtig am Markt verfügbar. Wir zeigen sie euch jetzt. Worum geht es in dem Beitrag? Es geht darum, welche Funktionen hat die Lisa, welche Funktionen erfüllt sie, wie ist grundsätzlich überhaupt die Anbringung an der Wand, der Aufbau, was brauche ich dazu, welche Basis brauche ich dazu, welche Möglichkeiten habe ich, welche Materialien gibt es und wie reiht sich das Ganze überhaupt ein, wie sieht das am Markt aus, wo befindet sich jetzt Lisa am Marktumfeld und ganz zum Schluss, da gibt es noch ein kleines Fazit, ein Fazit von mir und da gibt es auch noch einen Hinweis auf den Preis. So, was ist überhaupt der zentrale Gedanke von der Lisa? Die Lisa ist eine Raumsteuerung. Also im Vergleich zur Ellie, wo ich das ganze Haus steuern kann, da ist natürlich bei Lisa im Raum das Ganze zu Ende. Was habe ich für einen Vorteil? Ich habe den Vorteil, dass ich in diesem Rastermaß bin. Da gehen wir später nochmal auf die Maße drauf ein. Das Ganze erkennt sich sehr gut mit den Tastern, also wie gesagt. So, dann schauen wir uns mal die Funktionen an, die Lisa bietet. Also das Display ist sehr kontraststark und ist also ein Farbdisplay. Es reagiert sehr, sehr schnell und ihr seht natürlich die ganzen Funktionen, die wir im Raum haben. Das sind zum Beispiel mal die Szenen. Wer bei Basalte ein bisschen beim Thema ist, da kann man die Szenen aufrufen. Das sind also vier verschiedene Szenen, die gleichen, die man auf den Fibonacci, Sentidos, Deseos kennt. Man kann die aufrufen hier als Beispiel, habe ich mal Willkommen oder Abend. Da kann dann irgendwas hinterlegt werden. Das kann also mit Beleuchtung, mit Verschattung, mit Musik zu tun haben. Ich kann also abends eine bestimmte Musik spielen. Ich kann natürlich auch vielleicht eine Leinwand drunter lassen. Guten Morgen fahren vielleicht die Jalousien hoch, wenn sie es nicht automatisch sowieso schon tun. Und so sieht jetzt vorne der zentrale Bereich aus. Da sieht man die gesamten Funktionen, die man steuern kann in einem Raum. Zum Beispiel die Beleuchtung. So, da können wir jetzt zum Beispiel, hier ist ja so eine Philips Hue, ist da integriert. Das kann auch eine andere Leuchte sein. Und ich kann natürlich auch jetzt die Farbwerte einstellen für die Leuchten im Raum. Jetzt ist es bloß am Beispiel der Hue. Ich kann die Helligkeit einstellen. Ich kann diesen sogenannten Color Picker, kennt ihr. Wir können jetzt auch nochmal ein anderes Beispiel nehmen. Wir haben jetzt ein Downlight in der Mitte. Da können wir jetzt einen bestimmten Helligkeitswert einstellen. Oder man kann natürlich das Ganze auch ausschalten. So, dann gibt es weitere Funktionen. Da können wir zum Beispiel die Raumtemperatur einstellen. Das könnt ihr ja sehen jetzt. Und das Rote ist dann, das zeigt, dass jetzt geheizt wird. Das greift natürlich alles auf KNX zu. Die Basis ist KNX. Jetzt können wir da Heizen einstellen. Wir können Kühlen einstellen. Und klar, dass es eine Fußbotenheizung ist beim modernen Gebäude. So, und dann haben wir daneben die Funktionen, wo wir die Verschattung haben. Also die Visualisierung ist, wer sich ein bisschen so bei Basalte Home auskennt, das ist also analog zu Basalte Home. Jetzt hier auf dieses kleine Display, auf diesen kleinen Touchscreen gebracht. Eine ganz tolle Funktion finde ich ja zum Beispiel hier, die Musikfunktion. Also da haben wir jetzt hier von der Jane die Musik ausgesucht. Und ihr müsst mal sehen, ich mache das Ganze natürlich. Ich tippe das jetzt von hinten. Da ist es ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt nicht, dass irgendwie das Display langsam reagiert. Ganz im Gegenteil, es reagiert schnell. Nun, jetzt sieht man die einzelnen Streams, die wir bei Basalte Home haben. Also George, Jane, Judy, Elroy. Das ist jetzt als Beispiel für die vier Bewohner des Hauses. Und da kann jetzt jeder dann auch, kann man oben auf das Herz, auf die Favoriten klicken. Und da seht ihr zum Beispiel, ja, jetzt zusammengestellt für Fitness sind verschiedene Titel. Was ich besonders schön finde, ist, dass wir immer das Album sehen, das Musikalbum. Und da kann ich dann da so durch swipen. Und ja, man kann die Lautstärke einstellen. Hier seht ihr zum Beispiel Adele. Ich kann verschiedene Musiktitel einblenden. Und das ist natürlich jetzt immer unter einem bestimmten Namen. Ja, jetzt haben wir die Judy. Das ist jetzt die Liste von der Judy, die wir da aufrufen. Die können wir jetzt im Raum spielen, die Musik. Dann haben wir noch die Kameras. Die Kameras, die können im Außenbereich platziert sein, im Hof, im Garten, wo auch immer. Die können wir jetzt einfach so durch swipen. Und finde ich eine sehr gute Funktion, weil auch die Qualität des Displays sehr, sehr scharf ist. Die Farbwiedergabe ist sehr gut. Das könnt ihr vielleicht auch hier so ein bisschen sehen. Und wie gesagt, wenn ich mich manchmal ein bisschen vertippe, ist das bin ich so. Dann haben wir noch nie die Wechsel-, die Gegensprechanlage, das ist die Sprechanlage-Türkommunikation. Die kann man in diesem Falle von draußen abnehmen. Also nur abnehmen, wenn jemand von draußen kommt. Und jetzt bin ich auch schon in den Einstellungen. Da gibt es also einen Näherungssensor. Da kann man die Lautstärke von der Ali selber einstellen. Die Gesamtlautstärke einstellen. Oder die Lichtstärke kann man da einstellen. Wie ist die Helligkeit des gesamten Displays. Und ja, also ich glaube, der Näherungssensor, da kann man einstellen, ob es nahe, weit aus ist. Das heißt also, ich nähere mich dem Display, was ansonsten immer nur dunkel geschaltet ist, nähere ich mich. Und dann wird das so eingefedert. Das kennt man von dem Basalte Fibonacci. Also wer sich da ein bisschen auskennt, haben wir ja auch einen Beitrag dazu gemacht. Da ist das ganz genauso. So, vielleicht nochmal so ein bisschen, ich kann mir auch selber definieren, was auf dem Startbildschirm von der Lisa da zu sehen ist. Das kann ich auch alles festlegen. Und ja, also ihr könnt auch hier sehen, wie die angebunden ist. Die Ali ist über eine Netzwerkverbindung angebunden. Das kommen wir dann auch noch, wenn wir zu dem Thema Anbindung kommen. Anbindung und Einbau. Das Ganze könnt ihr ja entweder nachrüsten oder jetzt auch im Neubau, im Zusammenspiel mit Basalte Home kann man das Ganze dann installieren. Ja, also was vielleicht für euch noch eine wichtige Funktion ist, ich kann auch innerhalb des Hauses mit mehreren Ali's oder mit den Lisa's, also wenn ich in jedem Raum eine platziert habe, kann ich kommunizieren. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen die Einstellung für Updates. Und ist für mich schon eine ganz tolle Funktion, die es sonst so am Markt gar nicht gibt. So, jetzt haben wir nochmal die Szenen. Die Szenen ist, glaube ich, so würde ich standardmäßig einstellen, dass ich dann die Szenen über die Lisa aufrufe. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, es gibt einen Sensor für Annäherung und für die Helligkeit des Displays. Bei Annäherung, dann fadet das ein. Und jetzt nochmal, da seht ihr ja, ich halte jetzt mal die Hand davor, das ist jetzt die Helligkeit des Displays, die verändert wird. So, kommen wir mal zu den Abmessungen und den Varianten. Also, ich halte jetzt mal hier ein Lineal ran, ihr könnt es ja mal sehen, ein Lineal, ein Zollstock. Also, die Abmessungen sind 8x8 Zentimeter oder 80x80 Millimeter. Und damit fügt sich die Lisa in die übrige Welt der Basalte KNX-Taster ein. Also, die Lisa selbst ist ja kein KNX-Gerät. Und ihr seht doch nochmal hier, 10 Millimeter ist also, das ist also sehr, sehr schmal oder sehr flach. 10 Millimeter baut die Lisa von der Wand auf. So, hier ist mal der Größenvergleich. Wir haben jetzt hier den Chopin daneben, da ist auch 80x80, also dieses Rastermaß, was wir haben. Bei den Basalte-Tastern grundsätzlich, der Fibonacci wäre auch 80 breit, aber eben dann 120 hoch. So, und die Lisa als kleiner Touchscreen in jedem Raum oder in einem bestimmten Raum kann man den einsetzen, reiht sich halt sehr gut ein. So, das war jetzt der Nährungssensor, das habt ihr nochmal gesehen. Nochmal, wie das Ganze funktioniert. So, und jetzt möchte ich nochmal die Materialien euch vorstellen. Was haben wir eigentlich da für Materialien? Es gibt diese verschiedenen Materialien und Farben. Was wir hier sehen, ist dieses Satin White oder Weiß, dieses weiße Matte. Dann haben wir dieses Silber, die silberne Farbe. Die haben bestimmt viele von euch auch im Einsatz. So, und dann haben wir dieses Schwarz, Anthrazit-Schwarz. Und natürlich ist immer der Rahmen in der entsprechenden Farbe. Ihr könnt das ja sehen. Und dann meine Lieblingsfarbe, diese Messing, Messing-Gold. Also, weiß auch nicht, also früher hätte mir sowas überhaupt nicht gefallen. Heute gefällt mir das sehr gut. Ja, und dann haben wir ja noch in verschiedenen, das ist diese Kupferfarbe. Also Kupferfarben, das Ganze. Und natürlich gibt es dann weitere Farben, also eben im Hammerschlag. Also dieses Fairforsche nennen Basalte das Ganze. Und ja, also ihr kennt ja wahrscheinlich schon unsere Beiträge zum Basalte Fibonacci und zum Chopin. Also das, die Materialien oder Sentito, das ist ja immer das Gleiche. Hier nochmal die Fairforsche Hammerschlagsvarianten eingeblendet. Also ganz, ganz toll vom Finish, von der Verarbeitung. Und wenn man wirklich auf ein hochwertiges Ambiente Wert legt, fügt sich der, fügt sich die Lisa sehr gut in die bestehende Welt, in die bestehende Basalte Welt, muss man dazu sagen. Fügt sich die, die sich ein. Ich stelle euch die Frage, wie können wir das in unseren Wänden, das ist ja letztendlich in der Wand, einbauen. Ihr seht ja hier die kleine Hohlwanddose. Ich habe da mal hinten schon mal eine Bohrung gemacht. Also das ist eine 45er-Dose, das ist eine 65er-Dose, also da die ganz tiefe Version. Wir brauchen gar nicht die ganz tiefe Version, uns reicht die flache Version. So und das ist nochmal diese Kaiser Präfix 2.0, Betoneinbaudose. Ganz wichtig, wenn ich jetzt im Sichtbetonbereich arbeite und da zeige ich euch mal, die Frage kommt ja sehr viel von Elektrikern immer. Passend, das sind so normale Dosen, selbstverständlich. Also auch, das betrifft sowohl für die anderen übrigen Taster von Basalte zu und das trifft jetzt auch auf die Lisa, auf den Touchscreen zu, passt in eine Kaiserbetoneinbaudose. So, jetzt, ich zeige euch nochmal hier an dieser Stelle, wie das mit den Leerrohren funktioniert. Wir haben jetzt hier als Zuleitung, das brauchen wir auf jeden Fall, ein Netzwerkkabel, also ein CAT7-Kabel. Ihr seht das orange Kabel. Und dann haben wir hier ein M25-Leerrohr. In diesem Falle ist das ein fränkische Leerrohr, FFKUS. Und das verwenden wir also immer. Und da seht ihr, so würde man jetzt die Lisa in der Wand, in der Betoneinbaudose, würde man die installieren können. Und das Ganze ist dafür da, dass man es auf der Bewährung platziert. Es kommt sehr oft immer die Frage, ja, jetzt haben wir nochmal die Variante mit der Hohlwanddose, passt auch perfekt. Also das ist, ich zeige es euch jetzt, weil das wirklich Elektriker immer wieder anfragen. Die Frage kommt immer wieder, brauchen wir da eine spezielle Dose? Ganz klare Antwort, nein. Ich brauche bei den Steckdosen eine ganz spezielle Dose. Und nicht bei den Tastern und auch nicht bei der Lisa. So, das ist die tiefe Einbaudose, funktioniert ganz genauso. Das ist jetzt so für Trockenbauinstallationen. So, jetzt werdet ihr euch fragen, wie wird die Lisa angebunden? Und da zeige ich es euch auch mal hier. Wir haben hinten eine Netzwerkbuchse. Da steht auch Power over Ethernet. Und so wird die Lisa mit dem Netzwerk und gleichzeitig mit Strom versorgt über das Netzwerkkabel. Und es ist einfach, es ist sehr einfach, also wenn ich jetzt Netzwerk irgendwo vorgerüstet habe. Die Lisa nimmt direkten Kontakt auf zum Basalte Core S4 Server oder dann in dem Falle zu dem Core Mini Server. Also Grundvoraussetzung ist natürlich schon, dass ihr einen Basalte Server habt. Anders funktioniert das nicht, weil das Ganze ja auch softwaremäßig mit Basalte Home gekoppelt wird. Auch da wieder ganz wesentlich für euch. Ich kann an der Ellie selber jetzt gar nichts groß einstellen. Die Konfiguration erfolgt in Basalte Studio. Das ist eine Software für Basalte Home. Das ist also alles, was sich im Backend da abspielt. Ja, jetzt nochmal die Kaiserdose gezeigt, weil die Kaiserdose ist schon wichtig. Und weil ja viele von euch Sichtbeton oder wenn ihr Sichtbeton einsetzt, dann ist es wichtig. So, jetzt zeige ich euch nochmal das Thema M25er Leerrohr und ein CAT7-Kabel für Power over Ethernet. Und gleichzeitig auch noch mit einem KNX-Kabel. Kann man so machen, ist auch alles VDE-konform, dass man diese beiden Kabel in ein M25er Leerrohr einzieht. Aber dann wird es schon eng. Das kennt ihr auch. Das ist jetzt hier das Einzugsband, was man dazu braucht, also um die Kabel einzuziehen. Nur an dieser Stelle nochmal gezeigt. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie ist das hinten angebunden. Die Lisa ist über dieses Netzwerkkabel angebunden. Also da steht es ja auch nochmal laden. Und dann haben wir an der Seite auch noch einen USB-Anschluss. Das heißt, wenn ich kein Power over Ethernet habe, kann ich über ein zusätzliches USB-Kabel die Lisa betreiben. Da brauche ich dann ganz normales Netzwerk nur. Das ist also für die Leute von euch, die keinen PoE-Switch haben. So, Montagehöhe nochmal ganz wichtig. Ich empfehle euch, dass ihr das so im Bereich von 1,45 bis 1,65 Meter von der Höhe installiert. Von der Sichtbarkeit her. Das natürlich auch immer wieder hängt von den Personen ab, die das Ganze bedienen, bedienen wollen. Und auch Körpergröße. Ich bin jetzt 1,83 Meter groß. So, vielleicht nochmal zusammengefasst. Fazit von mir. Wir schauen uns jetzt mal hier auf die Lisa. Was finde ich gut? Was finde ich gut an der Lisa? Es ist ein Raumcontroller. Also wo ich den kompletten Raum steuern kann. Und noch ein wesentlicher Vorteil. Ich muss meine KNX, meine KNX-Installation, meine KNX-Projektdatei überhaupt nicht anfassen. Ich muss jetzt nicht in die ETS 5 oder ETS 6 rein. Ich muss da gar nichts einstellen, sondern das Ganze hier, die ganze Konfiguration von der Lisa passiert in der Basal-Studio-Software. Also unter Basal-The-Home. So, und dann könnt ihr hier sämtliche Daten, die sowieso, die kommen natürlich dann über den KNX-Bus, könnt ihr hier auch anzeigen, beziehungsweise steuern. Wir können den gesamten Raum steuern. Was finde ich toll? Wir können natürlich ja auch die Türkommunikation hier unten. Das ist dieses Thema, haben wir ja vorher gesehen, wo hier Gegensprechanlage, also Türkommunikation finde ich ein besseres Wort dafür. Hier, da können wir, wenn jetzt jemand draußen an der Tür klingelt, können wir hier schauen, wer steht vor der Tür, können mit dem sprechen. Und wir können sogar die Tür öffnen. An dieser kleinen Lisa. Der andere kann uns nicht sehen, der vor der Tür steht, beziehungsweise wenn man diese zwischen den Räumen Kommunikation macht, finde ich auch eine sehr gute Funktion. Also auch von euch sehr oft immer angefragt, wie kann man denn jetzt innerhalb eines Hauses, wo ein paar mehr Räume sind, ein paar größere Räume sind, wo man ein bisschen weiter voneinander entfernt ist, wie kann man sich gegenseitig rufen? Da drückt man ja kurz drauf, es gibt Frühstück, die Kinder sind beim Spielen. Und dann sagt man, wir wollen, es gibt Frühstück, es gibt Abendessen oder Gäste sind da, was auch immer. Und so kann man miteinander sprechen. Ja, und ansonsten finde ich die Visualisierung vom Design her, das kennt man ja, was halt der Home, momentan das Beste, was es am Markt gibt. Jetzt schon eine ganze Weile lang, da kommt keiner ran, da kommen weder die Deutschen hin, da kommen die Amerikaner nicht hin. Und jetzt werdet ihr euch fragen, was kostet das Ganze, wo geht das Ganze los? Ich glaube, im Jahre 2022 geht der Verkauf, glaube ich, in dem Bereich los. Könnt ihr auch bei uns anfragen, kostet ab vierstellig, sage ich mal so, ganz, ganz, so tausend, bisschen was mehr als tausend Euro geht das Ganze los. Genau kann man jetzt noch gar nicht sagen. Hängt natürlich auch immer wieder davon ab, was ihr für Materialien dann bevorzugt. Ich habe euch ja die Materialien eingeblendet. So, und was natürlich Lisa ist, Lisa ist für den Dauereinsatz gedacht. An der Wand, feste Installation, es ist alles schön klein, es ist kompakt. Ich kann hier komplett die Bedienung übernehmen von dem Raum. Ich kann das Ganze nochmal mit dem anderen Taster, Basalte-Taster kombinieren. Es macht Sinn mit Basalte-Taster, weil ich habe natürlich hier auch dann die gleiche Farbe. Ich habe das gleiche Maß. So, das wäre im Prinzip nochmal so mein Fazit zu der Lisa. Ich finde, von dem Kontrast des Displays, von der ganzen Darstellung und Geschwindigkeit gibt es momentan am Markt. Ja, also wenn man es mit den Mitbewerberprodukten vergleicht, wenn es überhaupt einen Mitbewerb in diesem Bereich gibt, ist niemand so schnell. Und es gibt ja, so hinter vorgehaltener Hand, sagt man ja auch bei Basalte, hier steckt von der Prozessor-Power das Gleiche drin, wie das auch in einem großen Server drin ist. Also ich weiß es nicht, ich habe es nicht aufgemacht, ich habe mir die Platine nicht angeguckt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zur Lisa sagt. Wir haben euch ja schon verschiedenste Touchscreens vorgestellt, so in den letzten zwei Jahren. Große, kleine, für den Außenbereich, für den Innenbereich. Das ist jetzt mal für einen Raum. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne einen Kommentar dazu. Und ich freue mich schon, wenn ihr uns abonniert oder wenn ihr uns schon abonniert habt, freue ich mich, dass wir uns in dem nächsten Beitrag wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!